So, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Tutorial. Und zwar möchte ich euch heute eine weitere Plattform zeigen, die ihr benutzen könnt, um euer Online-Rollenspiel zu verbessern. Ja, ich finde nichts schlimmer, als wenn man sich einfach nur über Skype oder Teamspeak, meinetwegen auch Discord, trifft und einfach so vor sich hinspielt. Ich finde das nicht sehr immersiv, ich finde das auch sehr ablenkend. Vor allem, wenn man dann nebenbei noch ein Computerspiel spielt oder anders beschäftigt ist, einfach weil man nicht die ganze Zeit auf die Sprachsoftware gucken kann, ob da ein paar Bilder oder sowas gestellt werden, ja, ich finde das leider sehr anstrengend. Deswegen wollte ich euch auch hier einmal eine Browser-Variante zeigen. Roll20, ja, die Beschreibung habe ich einmal vollgepackt mit ein paar Links. Also wer da selber mal sehen möchte, was das ist, der schaut einfach mal in die Beschreibung. Dort findet ihr den Link dazu. Ihr müsst euch als erstes einmal ein kostenloses Profil anlegen. Einfach dann hier, ich bin jetzt schon angemeldet, ein neues Konto erstellen, E-Mail-Adresse angeben und dann könntet ihr euch hier, ja, umsehen in einer Umgebung, die vielleicht so ähnlich aussieht wie bei mir. Hier, wir fangen einfach mal an, nachdem wir uns dann hier unser Konto angesehen haben, vielleicht auch ein paar Nachrichten gecheckt haben, können wir hier auf die Gemeinschaft drücken. Wir sehen hier oder könnten dann hier connecten zu dem englischsprachigen Forum. Da finden wir Tipps und Tricks und auch Spielergesuche. Wen das interessiert, einfach mal draufdrücken. Alternativ, ich empfehle auch die Spielersuche auf der Drachenzwinge. Wer also noch eine Gruppe braucht, der kann sich da mal umsehen. Wer Hilfe braucht mit dem Roll20-Account oder auch einer Kampagne, der kann sich dann hier in einem Hilfe-Wiki ansehen, was einen dort an Tipps und Tricks erwartet. Alternativ könnt ihr auch in der Drachenzwinge mal nachfragen oder ihr fragt mich in den Kommentaren, wenn es irgendwas gibt. Vielleicht kann ich euch ja helfen. Im Blog findet ihr ein paar Neuerungen, Livestream und VOD. Also Video on Demand könnt ihr euch alte Runden ansehen, die irgendwer mal auf Roll20 gespielt hat und dann auf dem Roll20-Account YouTube da präsentieren möchte. Also nicht jede einzelne Runde wird natürlich mitgeschnitten, aber auf diesem Kanal gäbe es dann eben die Möglichkeit, das mal zu sehen, wie sowas aussehen könnte. Bei den digitalen Werkzeugen findet ihr ein Kompendium. Da könntet ihr dann Systeme reintun, könntet dann Systeme zum Leben erwecken, so wie es hier eben drauf drin steht. Also auch eigene Würfelprinzipien hier verprogrammieren, um das dann mit anderen zu spielen. Im Charakter-Tresor könnt ihr andere Charaktere importieren. Sprich, ihr habt bei dem einen Spielleiter beispielsweise DSA gespielt und dann gibt es einen neuen Spielleiter mit einer neuen Kampagne und da könntet ihr dann euren Charakter aus Spielrunde 1 in Spielrunde 2 importieren, damit er dann nicht verloren ist, damit er eben auch nicht die einzelnen Charaktere immer wieder neu eintragen muss, was ganz schön ist. Wer nicht zu Hause sitzt, sondern über Handy oder Tablet spielen möchte, kann das eben auch tun und sich hier dann Tipps und Tricks holen für iPad und Android. Damit kann man wohl nicht wirklich Spiel leiten und vorbereiten, vorbereiten, aber man kann sehr wahrscheinlich damit spielen. Also wer das machen möchte, weil er gerade nicht zu Hause am Computer sitzt, sondern im Hotelzimmer, der könnte sich das mal ansehen. Im Marktplatz könnt ihr Dinge kaufen. Das sollte, glaube ich, klar sein bei dem Namen. Ihr könntet eurem Spielleiter ein Geschenk machen, wenn er dann eine besonders gute Runde für euch geleitet hat. Ihr könnt dann Merchandise kaufen. Aber vor allem soll es hier wohl auch darum gehen, dass andere Zeichner, Künstler, Token euch zur Verfügung stellen oder ihr bekommt Hintergründe, also Kartenmaterial oder bereits vorgefertigte Kampagnen, die andere für euch gebaut haben. Dann könnt ihr einfach losspielen. Auch das wäre möglich. Was euch da genau im Marktplatz erwartet, wäre dann einen eigenen Blick von euch wert, je nachdem, was ihr auch sucht. Bei den Spielen findet ihr vergangene Spiele. Die seht ihr dann hier. Oder ihr könnt auch neue anlegen. Und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Wir können natürlich auch einmal hier draufdrücken. Oder wir machen es dann eben hier über den Reiter Neue Spieler schaffen. Wir können hier aber auch eine Gruppe oder auch Spieler finden, wenn wir noch keine haben. Neu Spiel starten. Ja, wir können natürlich einen Kampagnennamen uns ausdenken. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Frosties Kampagne, weil ich das hier nur für dieses Tutorial gerade einmal erstelle. Ich kann ein paar Texte hinzufügen, damit es eben auch gesucht werden kann. Ob das jetzt DSRs oder Cthulhu oder welches andere System auch immer, meinetwegen auch D&D, da könntet ihr euch eben überlegen. Ich könnte das Spiel jetzt direkt erstellen. Oder, und das würde ich euch empfehlen, schaut doch einfach mal, ob es ein paar Charakterbögen gibt, die dann vorgefertigt sind. Und hier könnte man dann noch mal sehen, sowas wie Thirteen's Age, wenn man das spielt, oder D&D 5E. Hier gibt es auch Star Trek, Dungeon World, Pathfinder, Starfinder. Also wer hier mal reinsehen möchte, die Liste ist ziemlich, ziemlich lang. Wir finden hier auch unter D finden wir das schwarze Auge. DSA müsste man jetzt bei D gucken. Sowohl 4 als auch 5. Oder, ich muss gerade mal schauen, hier ist das schwarze Auge, genau. Wir können auch bei dem Basic Roleplay Game, also das W100-System, können wir Call of Cthulhu auswählen. Und zwar mit deutschen Charakterbögen. Das wurde übrigens übersetzt von Michael Jägers. Den solltet ihr eigentlich auch kennen, denn der macht ja auch gemeinsam mit mir auf seinem Blog ein paar Spielrunden. Ja, nachdem wir das ausgewählt haben, wir können uns dann hier unten noch ansehen, was dieses Modul alles kann. Das steht hier schön beschrieben. Und dann, wenn ich mir das durchgelesen habe, kann ich das Spiel erstellen. Ja, das ist jetzt das erste Overlay meiner Kampagne. Damit das eben hübsch aussieht, baue ich hier erstmal ein kleines Foto rein. Was auch immer ihr hier reinzieht, es kann natürlich mit der Kampagne zu tun haben. Oder eben auch gar nichts. Das ist jetzt einfach nur irgendein blauer Frosch, den ich noch von meiner To-Do-Kampagne übrig hatte. Ja, ich kann hier über die Einstellung, kann ich die Spieleinstellung, also die Charakterbögen noch einmal mir ansehen. Ich kann alte Spiele kopieren, wenn ich da schon aus einer anderen Kampagne irgendwas vorbereitet habe, könnte ich das tun. Ich kann das Chat-Archiv löschen oder das ganze Spiel löschen. Wir schauen uns aber das mal hier an. Wenn ich hier drauf drücke, dann bekomme ich eine Einladung, also einen Link, den ich an Spieler weitergeben kann, damit sie dann eben auch mir joinen können und ich hier nicht alleine versauere. Oder ich kann eben auch, wenn ich die E-Mail-Adressen von den Leuten habe, sie auch per E-Mail einladen. Da soll ich mal drauf drücken mit dem Link, den ihr dann weitergeben könnt. Ich kann direkt nach Spielern suchen. Wenn ich also keine habe, jemanden, den ich dem Link weitergeben kann, dann gucke ich einfach im Roll20-Forum und lege da einen Eintrag an, damit ich sage, okay, ich möchte demnächst eine Cthulhu-Kampagne mit Fröschen erzählen. Wer möchte mitspielen, dann können sich darauf Leute melden. Beim Inhalt kann ich mir nochmal das Chat-Archiv löschen, das müsste jetzt allerdings leer sein. Beim System kann ich sagen, ich möchte gerne Cthulhu spielen. Da kann ich einfach reinklicken und dann beschreiben. Ich kann mir das Spieldatum ansehen. Ich kann also sagen, wir spielen entweder heute oder wir spielen am 3.10. um 3 Uhr und sage, ja, wir spielen jetzt einfach am 3. Oktober. Dann wird das Ganze nochmal ein bisschen aktualisiert und kann dann auch den Spielern mitteilen, das ist jetzt in einer Woche. Ich kann hier auch noch eine Beschreibung einfügen, damit die überhaupt wissen, worum geht es denn hier in der Frosty-Kampagne. Und ich kann auch noch ein paar Diskussionen ausführen, hier drunter so ein kleines Mini-Forum, wenn ich so möchte, wo dann nur meine Spieler drauf Zugriff haben. Wenn dann also über Charaktere oder so diskutiert werden, dann würde das hier möglich sein. Oder ich diskutiere über irgendwelche Pläne, die ich dann vorhabe, ob ich jetzt von A nach B reisen möchte und was wir alles einpacken. Auch das könnte dann hier zum Beispiel reingetan werden. Wir starten das Spiel, denn sonst haben wir wenig mehr zu tun. Gut, wir befinden uns jetzt auf einer leeren Kampagnenkarte. Das ist jetzt erstmal nur ein weißes Feld mit einem quadratischen Grid, was wir noch verändern können. Dazu kommen Ballet-Links später. Wir werden diese Karte nach und nach mit Leben füllen. Wir gehen zunächst auf die rechte Seite und können uns hier das Chatfenster ansehen. Das kann man hier oben an der Sprechblase erkennen. Hier werden nach und nach alle Chats dann aufgelistet, wenn dann irgendwas gekommen ist. Wir haben hier, wenn wir gerade starten, noch einmal ein paar Befehle, die uns weiterhelfen. Und wir haben hier vor allem für den Spielleiter noch einen Link. Wir können auf das graue Textfeld draufgehen, mit dem Mauszeiger drüber gehen und dann diesen Link an andere Leute weiterleiten, an andere Spieler, falls sie noch nicht eingetragen sind. Ansonsten, wenn ich hier chatte, dann wird mir das natürlich angezeigt, einmal mit meinem Namen, mit meiner Funktion und auch der Avatar wird eingeblendet. Und ich kann das auch hier unten nochmal auswählen. Falls ich dann hier einen Charakter bereits angelegt habe, dann könnte ich diesen auswählen und mit diesem dann chatten, damit dann der nicht Spielername, sondern der Charaktername angezeigt wird. Zudem wird hier in diesem Chatfenster später auch noch der Würfel eingeblendet. Dazu allerdings etwas später mehr, wenn wir uns dann mit dem Würfeln beschäftigen. Wir gehen jetzt zunächst einmal auf die Kunstbibliothek. Hier können wir uns zunächst ansehen, auf welchem Layer wir etwas einfügen wollen. Wir können das allerdings auch gleich noch ein bisschen anders machen. Hier ist wichtig, es gibt drei verschiedene Layer. Den Token Layer, den für Karten und für Backgrounds und dann noch einen für Porträts beziehungsweise wenn wir irgendwelche Spielleiterinformationen anlegen wollen, auch das wäre möglich, wenn wir dann eine unsichtbare Information hinterlegen, die nur für uns sichtbar ist. Bei der Bibliothek finden wir alte Bilder, die wir irgendwann mal reingezogen haben. Die werden da sortiert. Ansonsten können wir auch direkt uns mit dem Marketplace verbinden, können das hier aufklappen, wenn wir irgendwas mal gekauft haben sollten. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe nichts gekauft und deswegen ist das hier leer. Aber bei den Free Assets könnten wir auch eine ganz große Liste an Token uns anzeigen lassen, an Hintergründen. Wenn uns da irgendwas interessiert, wir können das einfach mal weiter aufklicken. Wenn euch da irgendwas ins Auge springt, könnt ihr das direkt dann einfach reinziehen. Das heißt, wir nehmen uns einfach mal diesen Wizard, diesen Zauberer, ziehen den da rein und haben dann hier ein Top-Down-Token. Das können wir noch größer und kleiner ziehen. Ich mache das einfach mal ein bisschen größer. Und dann haben wir hier schon unseren ersten Zauberer auf dem Feld. Alternativ gehen wir einfach in einen Ordner bei uns auf der Festplatte, können da dann ein Token, was wir irgendwo im Vorfeld schon mal gebaut haben. Wie das geht, verrate ich in einem anderen Tutorial. Aber wenn wir einen Token dann einfach reinziehen, dann wäre das auch möglich. Das ist jetzt hier eine andere Art und Weise, wie man einen Token darstellt. So kennt ihr es von mir beim Map-Tool. Das kann ich auch eben groß und klein ziehen, so wie ich es brauche. Das sind jetzt zwei verschiedene Arten, wie ich die reinkriege. Einmal hier über die Free Assets oder einmal über unsere Festplatte. Dann kann ich hier, nachdem ich die Kunstbibliothek einfach viele verschiedene Token reingezogen habe, alles, was ich brauche, kann ich mir mal ansehen, ob ich irgendwelche Handouts brauche. Hier meinetwegen so als wie ein Zeitungsartikel, den ich dann im Spielverlauf freigebe. Das wäre möglich. Oder ich kann auch ein Charactersheet anbelegen. Dazu gehe ich einfach auf hinzufügen, weil hier aktuell noch keine drin sind und kann sagen, ich möchte einen neuen Charakter bauen. Dazu kann ich jetzt ein Avatar hier hinzufügen. Einfach dann den wieder von der Festplatte nehmen und mit diesem Avatar verknüpfen. Der Name, der ist zufällig generiert. Das wollen wir natürlich ändern. Das ist Frostys Charakter. Und ich könnte auch noch eventuell Tagebücher oder so etwas mit dieser Figur verknüpfen. Ich könnte auch noch sagen, dass ihn Spieler editieren, also verändern können oder dass sie eben auch kontrollieren können. Also dann können sie auch mit diesem Avatar durch ein Dungeon ziehen. Ich kann ihm noch irgendwelche Text geben. Ich kann ihn verknüpfen. Das heißt, wenn die Lebenspunkte für ihn eingetragen werden, dann könnten die eben auch direkt mit dem Charakterbogen verwaltet werden. Ansonsten kann ich hier noch eine Biografie anlegen, irgendwelche Informationen, die jeder Spieler kennt. Baron Köpenick, auch wenn das jetzt sein Name ist, aber jeder weiß, dass er eben der Baron ist. Das ist eine Information, die ist offen für alle. Ich kann hier auch mit fetter Schrift oder kursiver Schrift arbeiten, je nachdem, wie ich das möchte. Ich kann auch noch geheime Informationen anlegen. Das sind dann nur die Sachen, die ich habe, die nur dem Spielleiter bekannt sind. Und das sind dann so Sachen wie, naja, der Typ ist tausend Jahre alt und das ist eine Information, die nicht jeder haben sollte. Ich kann die Sachen jetzt saven. Das heißt, hier oben steht alles drin, was die Spieler wissen und hier unten nur das, was der Spielleiter weiß. Weil das noch kein richtiger Charakterbogen ist, gehen wir einfach mal auf den Charakter-Sheet und können da dann, je nachdem, welches System ich gewählt habe, sieht das ein bisschen anders aus, mir das ansehen. Hier kann ich dann reinschreiben, das ist dann der Baron. Der hat einen Vor- und Zunahmen, den ich dann hier eintragen kann. Ich kann sagen, er wird gespielt von Frosty. Er kann einen Beruf haben, sein Geburtstag wird eingetragen und so weiter. Das ist, wie gesagt, bei DSA sieht das anders aus, bei D&D sieht das anders aus. Da müsstet ihr euch aber einfach mal reinfuchsen, aber ganz generell sieht das ungefähr überall so aus. Ansonsten kann ich hier auch direkt in diese Attribute reinklicken, kann sagen, dass seine Stärke nicht 50, sondern 80 ist, kann das einfach verändern und dann hat er ein neues Attribut. Ähnlich bei den Fertigkeiten, also all das, was ich auch irgendwo am Tisch habe, womit dann Attribute und Fertigkeiten aufgelistet werden, auch das würde dann hier sein. Mit einem einfachen Klick auf diesen Würfel kann ich dann auch die ganze Probe schmeißen. Ich kann auch noch weiter runterscrollen, kann mir dann bei den Waffen irgendwelche Sachen eintragen, kann den Schaden eintragen. Da müsste man mit einem D arbeiten für Dice anstatt mit einem W. Kann dann hier noch die Reichweiten und so eintragen oder hier den Grundbesitz, irgendwelche Geldanlagen, den Hintergrund, all das, was ich hier noch irgendwie brauche, all das, was mir normalerweise an einem Tisch gegeben wäre, könnte ich dann hier würfeln. Ja, die Würfel, das hatte ich ja bereits angesagt, werden über den Chat reingeschmissen und deswegen ziehe ich den einfach mal beiseite. Wir schmeißen einfach mal einen Wurf mit der Schrotplinte. Und das ist die Spezialität von dem Cthulhu-Regelwerk. Er hat mir gleich drei W-100 auf einmal geschmissen. Das liegt jetzt einfach an dem neuen Regelwerk von Cthulhu 7. Wenn mir da dann irgendwelche Bonuswürfel oder Strafwürfel aufgehalst werden, dann werden die eben zusätzlich noch mal eingetragen. Was es, wie gesagt, damit auf sich hat, müsstet ihr in dem Regelwerk nachlesen. Hier geht es erstmal nur um die Erklärung vom Roll20. Möchte ich erstmal nur einen W-100 schmeißen, dann kann ich das auch über das Chatfenster machen. Das heißt, ich gebe einfach Slash-R für Roll ein und sage dann, ich möchte einen D-100 würfeln. Das ist eben auch möglich. Ich kann auch einen W-1000 schmeißen, wenn mir das irgendwie sinnvoll erscheint. Ich kann auch einen W-7 würfeln. Wenn ich eine andere Art und Weise des Würfels möchte und dann nicht über den Chat arbeiten möchte, kann ich auch auf der linken Seite dieses Ico Saeda anklicken. Auch das wäre möglich. Da könnte ich dann auch sagen, ich möchte entweder einen D-100 schmeißen oder ich möchte zwei D-10 schmeißen. Das wäre ja für Splittermond der Fall. Kann ich auch einfach mal tun. Da wird mir dann auch die Summe gebildet. Ich kann auch noch einen zusätzlichen Modifikator eintragen. Das heißt, wenn ich irgendwie noch Talentpunkte übrig habe, die dann in der Summe wichtig sind, dann würden auch die dann aufsummiert werden. Alternativ, wenn ich DSA spiele, kann ich auch hier die 3 W-20 Probe schmeißen. Ich kann auch hier dreimal draufdrücken oder ich mache es eben händisch ohne einen Modifikator und sage dann, er soll mir 3 D-20 auf einmal schmeißen. Die Summe ist mir dabei egal. Es geht mir dann nur noch um die 17, 17, 19. Wie gesagt, beim DSA-Ruleset, wenn ihr das dann geladen habt, dann sieht, wie gesagt, dieser Charakterbogen hier anders aus. Und da könntet ihr dann auch einfach mit einem Klick auf diese Fertigkeit, könntet ihr dann auch sagen, wir möchten Reiten würfeln und dann schmeißt er anstatt einem W-100, würfelt er dann 3 D-20. Gut, damit habe ich das Fenster des Notizbuches abgearbeitet. Ich kann auch bei Roll20 direkt Musik einfügen. Das heißt, ich gehe hier oben auf die Jukebox als Spielleiter, kann dann sagen, ich möchte jetzt einen Titel spielen. Dabei würden mir dann verschiedene Sounds angezeigt, beispielsweise Tabletop-Audio oder Battle Bards, verschiedene andere Dinge. Da kann ich dann einfach in der Liste durchscrollen, kann sagen, ich möchte jetzt das Lied in the Shadows hören, drücke dann einfach auf OK oder auf das Plus, damit es mir in der Playlist angezeigt wird. Ich kann das Ganze auch wieder anhalten, wenn es mir zu viel ist und wer damit arbeiten möchte, wer dann irgendwie Musik einfügen möchte, der kann das eben tun, sollte sich natürlich im Vorfeld ein bisschen darum organisieren, dass es dann stimmungsvoll passt. Ansonsten kann ich auch noch Makros mir selbst programmieren, kann den einen Namen geben, ich kann mit Kartenstapel arbeiten. Wie das funktioniert, ist glaube ich in einem ersten Tutorial etwas zu viel, deswegen werde ich jetzt hier nicht darauf eingehen, wie man mit Makros arbeitet. Bei einem Klick auf die Einstellungen hier oben, kann ich noch ein bisschen den Lautstärkeregler verschieben, also wenn mir die Musik zu leise oder zu laut ist, kann ich sie eben hier nochmal ein bisschen verändern. Ich kann die 3D-Würfel aktivieren oder eben auch deaktivieren, ich kann die Chat-Avatare ausschalten, wenn mich das stört, das kleine Bild dann beim Chatfenster. Ich kann auch einen Zeitstempel hinzufügen. Ich kann die Chat-Avatare kleiner und größer ziehen, ich kann aber auch sagen, dass die Avatare gar nicht gezeigt werden sollen, sondern dass ich mit meiner Kamera arbeiten möchte. Das heißt, ich habe ein Eingabegerät, eine Kamera, und ich kann die dann hier verändern und dann wird mir hier auf der linken Seite, wird mir nicht das Avatar angezeigt, sondern eben mein eigenes Bild. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen in die Mitte, wir ziehen einfach mal den Zauberer hier an die Seite, den brauchen wir erstmal nicht, und schauen uns unseren Baron nochmal an. Ja, wir können den Baron, auch den ziehe ich nochmal wieder ein bisschen kleiner, ich kann natürlich auch ranzoomen über dieses Fenster hier, ich kann den Baron mir ein bisschen weiter ansehen, das ist erstmal ein Token, das heißt, der hat irgendwie 3 Zustände, die ich noch verwalten kann, ich kann ihm auch noch andere Zustände geben, beispielsweise wenn er gerade sterbend ist, wenn er gerade sehr langsam ist, weil er irgendeinen Zauber abbekommen hat, oder weil er einen Pfeil ins Knie bekommen hat, dann ist er eben sehr langsam, oder er schleicht, dann hat er hier so ein Ninja-Symbol, was auch immer man für Symbole benutzt, das ist dann eurer Spielrunde überlassen, es sollte nur klar sein, was jetzt dieser Turm zum Beispiel bedeutet, oder was dieses Spinnennetz bedeutet, wenn ihr euch dafür entscheidet, dass ihr eben diesen Zustand gebt. Alternativ kann ich auf dieses Zahnrad klicken und kann ihm dann einen Namen geben, der dann eben jedem zur Verfügung steht, er ist der Baron Köpenick, der wird dann darunter angezeigt, ich kann sagen, wenn ein Spieler connected ist, wem der gehört, und ich kann sagen, wie viele Lebenspunkte er hat, ich kann auch sagen, die zweite Leiste, die soll für Zauberpunkte stehen, oder meinetwegen auch für Ausdauer, das ist dann eurer Runde komplett überlassen, wie ihr das dann definiert, nur jeder sollte wissen, was ist denn die Leiste 1, was ist die Leiste 2, es bietet sich wohl an, dass die erste grüne Leiste, die für Lebenspunkte ist, aber auch die Farbe könntet ihr verändern, das geht über die Einstellung, zudem kann ich ihm auch noch eine Aura geben, wen das interessiert, wenn er gerade mit einer Fackel rumläuft, dann bekommt er eine gelbe Lichtschein Aura, die ihm dann da zur Verfügung steht, ich kann das Ganze speichern, und dann wird das alles zugefügt, er hat jetzt meine Aura bekommen, weil er eine Fackel trägt, er hat ein paar Balken dazu bekommen, und einen Namen, und wenn ich jetzt hier einfach mal nochmal drauf drücke, dann werden mir hier auch die Lebenspunkte, oder Zauberpunkte angezeigt, wenn ich die jetzt verändere, dann kann ich beispielsweise 8 Schaden reindrücken, dann hat er nur noch 12 Lebenspunkte, und kann sagen, mit Eingabetaste, dass er nur noch bei 12 Lebenspunkten ist, ich kann aber auch, wie ihr das eben gesehen habt, mit einer Minus arbeiten, das heißt, er verliert nochmal 5 Lebenspunkte, und fällt dann von der 12 auf die 7, also auch das versteht er. Zudem wird natürlich jetzt auch der Lebenspunkte-Balken abgezogen, da habe ich ja in den Token-Einstellungen, hier über dieses Rädchen, habe ich ja die maximalen 20 festgelegt, und dementsprechend kann er das dann so interpretieren. Jetzt habe ich einen Token, der Lebenspunkte hat, jetzt muss ich natürlich auch noch irgendwie versuchen, eine Karte, eine richtige Karte hinzuzufügen, es ist immer noch ziemlich weiß und langweilig, ich ziehe den hier einfach nochmal ein bisschen kleiner, der Radius der Lichtquelle bleibt doch immer ein bisschen der gleiche, und wir gehen einfach mal hier oben auf die linke Seite, hier wechseln wir jetzt auf den Layer, den Layer hatte ich eben schon vorhin einmal angesprochen, als ich bei den Free Assets war. Hier gehen wir auf den Karten- und Hintergrund-Layer, dadurch wird ein bisschen diese Token-Layer ausgeblendet, der ist jetzt ein bisschen durchsichtig geworden, und wir gehen auf unseren Computer-Bildschirm, wo wir dann vielleicht eine Karte haben, eine Karte zur Verfügung, die ziehen wir dann aus dem Abenteuer hier einfach rein, jetzt wird das hochgeladen, das wird auf den Server von Roll20 geladen, in der Zeit müssen wir einfach warten. Gut, wir haben jetzt ja eine Karte hinzugefügt, das ist jetzt einfach das Landschloss des Barons, das ist jetzt kein Dungeon, ja gut, bei Cthulhu brauche ich weniger ein Dungeon, sondern mehr dann sowas wie ein Altherrenschloss, das ist also das, was ich jetzt reingetan habe, wie gesagt, wenn ich jetzt D&D oder DSH spiele, dann ziehe ich eine Höhle rein, oder eine Waldkarte mit irgendwelchen Räubern, damit ich darauf kämpfen kann, meinetwegen auch eine Karte der Stadt von Garret. Zudem wäre es auch noch sinnvoll, wenn ich ein paar Stimmungsbilder importiere, das ist auch immer ganz sinnig, weshalb ich die jetzt einfach mal auf dem gleichen Layer hinzugefügt habe. Was ich jetzt sehen kann, ist, dass wenn ich wieder zurück wechsle auf den Objekt-Layer, dann werden mir meine Tokens wieder eingeblendet und sie sind immer im Vordergrund. Das heißt, wenn ich sie jetzt hier rüber ziehe, dann würden sie nicht verdeckt werden von meinem Background, von meiner Karte, was natürlich schön ist, weil ich möchte diesen Token eben vor diesem Tor haben, beziehungsweise wenn ich auf dieser Karte spiele, dann soll der Token auf dieser Karte liegen und nicht darunter, sonst würde ich ihn nicht mehr sehen. Damit kann sich jetzt eben der Baron mit seinen Lebenspunkten in diesem Schloss bewegen, kann jetzt von Raum zu Raum springen und dann mit Leuten reden oder wenn wir uns in einem Dungeon befinden würden, kann er jetzt hier die Goblins angreifen und durch irgendwelche Türen stürmen. Das ist dann eurer Kreativität überlassen. Jetzt fällt mir natürlich auch auf, dass die Karte ein bisschen zu groß ist. Er ist jetzt ungefähr so groß wie das Bett und da könnte ich nochmal nachmessen. Das heißt, wir haben auch hier ein Messstool. Da klicke ich dann einfach drauf und könnte mal überlegen, wie groß ist denn jetzt dieses Bett. Das wird mir noch nicht ordentlich angezeigt. Das steht jetzt hier, ja, es ist irgendwie eine Mischung aus 5 Feet und 10 Feet und da sollte ich wohl am besten nochmal diese Karte anpassen. Da muss ich jetzt natürlich überlegen, eine so eine Pfeilgröße, beziehungsweise ein so ein Kästchen ist ungefähr das Bett groß. Also so ein Bett ist ungefähr 2 Meter lang. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hier oben auf das Page Toolbar, kann das einmal öffnen und jetzt verändern wir diese Karte, diese Settings. Alternativ, bevor ich das tue, wir können ja auch noch neue Karten anlegen, einfach indem wir eine neue Page aufmachen. Wir createn die einfach New und dann haben wir einfach wieder ein weißes Feld. Das können wir uns dann nochmal neu definieren. Da kommt dann vielleicht die Gartenanlage von diesem Schloss drauf. Während hier auf dieser Karte eben nur dieses Obergeschoss liegt oder der ganze Grundriss. Aber wir gehen jetzt ja oben erstmal auf das Zahnrad und können da dann sagen, ich möchte die Kartengröße, also wie groß dieses weiße Feld ist, das soll erstmal so bleiben. Das sind die 25 Einheiten und eine Einheit soll zwei Meter groß sein. Der Hintergrund, den passe ich auch noch an. Wir spielen Cthulhu und da soll es nicht weiß sein, sondern es soll sehr dunkel sein, es soll schwarz sein. Dann möchte ich auch noch das Raster ausmachen. Das kann ich eben so einfach ausklicken, weil das kann zwar im Hintergrund irgendwo existieren, aber ich will es nicht sehen. Zusätzlich kann ich auch noch wählen, ob ich dann ein Hexfeld haben möchte oder ob ich Quadrate benutze. Ich persönlich mag die Hexfelder lieber. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich kann hier auch noch den Nebel des Krieges einschalten. Wer das braucht, der könnte hier noch ein bisschen rumspielen. Auch kann ich sagen, wenn ich eine spezielle Playlist angelegt habe, dann kann diese hier mit aktiviert werden. Das heißt, ich gehe einfach auf diese Karte rauf, ich verschiebe meine Spieler hier hin und automatisch soll es regnen. Das geht. Gut, wenn wir das gemacht haben, drücken wir auf OK und die Karte verändert sich. Wenn ich jetzt Spieler verschieben wollen würde, wie gesagt, ich habe aktuell nur noch eine Karte, aber wenn ich sie verschieben wollen würde, kann ich hier eine neue Page anlegen und kann dann dieses Lesezeichen mit den Players kann ich dann verschieben. Das nehme ich dann einfach von der einen Seite auf die andere Seite und dann wird für die Spieler wird dann die neue Karte geladen. Aber wir bleiben erst mal nur auf dieser, können das Ganze hier wieder zumachen und sind auf der neuen Karte. Wir gucken uns jetzt mal an, ob diese Karte geeicht ist. Dazu nehmen wir wieder das Messtool und messen mal nach. Ja, das Bett ist ganz grob zwei Meter lang. Damit ist diese Karte zumindest für das Haus schon mal geeicht. Und wir können losspielen. Alles, was jetzt noch fehlt, sind viele weitere Token. Natürlich die Spieler, die ich einladen muss und danach können sich die Spieler dir auf dieser hübschen Karte bewegen. Wir könnten weitere schöne Objekte einbinden, die dann dieses Schloss lebendiger wirken lassen. Also, ja, neue Fotos von diesem Schloss aus der Inneneinrichtung, irgendwie von außen mit dem Park. Was ihr dann genau tut, das ist euer Kreativität überlassen, aber damit wirkt. Dieses Spiel über das Online-Tool sehr lebendig und man kann sich eben auch damit beschäftigen und wird nicht nebenbei am Computer abgelenkt durch andere störende Faktoren. Ja, wie sowas am Ende aussieht, kann ich jetzt einfach hier mal mit demonstrieren. Ich habe ein paar weitere Bilder draufgelegt, die dann, ja, für den gewissen Fluff sorgen. Ich habe ein paar neue Tokens draufgezogen, mit denen man dann herumspringen könnte, wenn man das dann machen möchte. Und damit können sich die Spieler wirklich connecten und es kann losgehen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine erste Tutorial gefallen und ich konnte euch inspirieren, dass ihr euch selber einfach mal mit diesem Programm auseinandersetzt. Wie gesagt, die Links findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn noch irgendwas sein sollte, schreibt gerne mir oder auf dem Drachen Zwinge Forum den Leuten im Support. Da bekommt ihr zumindest eine deutschsprachige Hilfe. Ja, damit verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.